Hallo und willkommen zurück zu CitySkylines. Dankeschön fürs Einschalten und weiter geht's mal in der Stadt Schnee. So, wir machen jetzt nochmal ein bisschen Einwohner, will ich mal behaupten. Wir haben ja letztes Mal auf Laich gestellt. Einfach aus dem Grund, um zu gucken, was passiert. Und es ist was Krasses passiert, denn unsere Einnahmen sind ungefähr um das Zehnfache gestiegen. Es sind 5000 Leute eingezogen, also echt schon sehr, sehr heftig, muss man sagen. So, wir kaufen noch das. Das letzte Stück fehlt noch und vor allen Dingen das letzte Stück werden wir bald haben. Wir brauchen nämlich nur noch 506 Einwohner. Und dann gibt es nochmal den internationalen Flughafen, den Großstadtflughafen und den Frachtflughafen Knoten. Und Monumente, dann können wir Monumente bauen, krass. Dabei will ich gar keine, hallo, will ich gar keinen riesigen Flughafen bauen, weil so groß soll die Stadt ja auch gar nicht werden. Ich hätte aber ganz gerne noch dieses Quadrat hier, damit das alles fertig ist. So, und jetzt können wir theoretisch hergehen und hier, das ist, wenn ihr mal ganz kurz die Fläche euch mal anguckt, das ist hier nahezu fast genauso viel Fläche wie da. Also einfach super krass. Wir werden hier natürlich jetzt nicht, wie gerade erwähnt, alles vollbauen, weil das wäre einfach zu viel. Und auch zu viel des Guten irgendwo, weil ich das ganze Let's Play ja auch jetzt nicht bis zur Füllung der Map bauen wollte. Kann man das so sagen? Ich glaube schon, oder? Sondern irgendwann auch mal beenden wollte und dann starten wir unser Lern-Let's Play. Plus, ich habe noch einiges an Maps von euch. Link zu diesen Maps in der Videobeschreibung. Nochmal großes Dankeschön an alle, die da ordentlich geholfen haben. Ich freue mich immer über Maps, die ich mir angucken kann. Und da wollte ich dann halt auch mal wieder rein-dingsen. Weil das Schöne ist, das geht zwar mit mehreren Steam-Accounts, kann man so sagen, oder mit verschiedenen Funktionen. Aber wenn ich zum Beispiel die Stadt hier mache mit Mods drin, mit DLCs drin und ich dann wieder auf Vanilla-Switch oder eine Stadt von euch nehme, wo noch mehr Mods drin sind, dann habe ich halt immer ein Problem, weil ich meine ganze Installation immer umfrickeln muss. Gibt zwar Möglichkeiten, wie man das nicht machen muss, aber trotzdem ist es angenehmer, wenn man halt, sag ich mal, ein Vanilla-Let's Play laufen hat und da dann immer nur die Sachen reinlädt, weil Vanilla ist immer relativ schnell hergestellt so. Einmal so, zack, fertig. So, und ihr seht schon. Aber ich brauche nächstes Mal auch einen Pinsel, einen großen Pinsel. Aber hier nochmal eine Frage. Wenn wir dieses Lern-Let's Play beginnen, würde ich aber sagen, wir behalten so die Standards bei, oder? Dass wir quasi genug Land haben, Erdeverfügbarkeit, oder sollen wir das auch da dran binden, obwohl wir werden nicht so viel bügeln in dem Annal-Let's Play, glaube ich. Das ist, glaube ich, dann Quatsch. Also ich mache hier mal eine Kante rein. Ich weiß zwar noch nicht, warum, aber ich mache das jetzt einfach mal. Und dann mache ich das gleich nochmal richtig sexy. So. Haben wir. Und gerade gebügelt. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel wir ausgegeben haben. Wir haben bestimmt eine Menge ausgegeben, oder? Bestimmt richtig viel Kohle ausgegeben, nur um das hier einmal gerade zu ziehen. Das hat natürlich auch einen Grund, warum ich das mache. Denn ich würde auch ganz gerne mal diese neuen Kaimauern benutzen. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn wir halt ein vernünftiges Ufer haben. Wo wir die auch benutzen können. Ist natürlich jetzt alles ein bisschen straight. Aber passt schon. So, muss noch einmal gucken. Ich glaube, so ist es ganz gut. Warte. Ich muss jetzt mit WASD, mache ich jetzt hier gerade, damit das alles gleichmäßig wird. Das Gefühl, wird gar nicht gleichmäßig. Doch, muss gleichmäßig sein, ne? Ah, doch, wird gleichmäßig. Ist das nur wegen der Wasservordrängung. Ich hätte Pause machen sollen. So, ein bisschen gerade bügeln noch. Er sieht noch nicht so ganz gerade aus. Hier zum Beispiel. Das ist ja komisch. Warum eigentlich? Oh Mann, da kommt der Tsunami. So, dann machen wir den hier noch. Damit glätte man alles ein bisschen. Aber ich muss sagen, ich brauche nächstes Mal einen Pinsel, der halt richtig reinballert, ne? Also es gibt da auch sehr, sehr krasse Pinsel im Workshop. Und, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, es gibt halt schon Gerüchte, dass Paradox, also ist ja der Publisher, der Entwickler, ich glaube, Colossal Order, von Cities an einen neuen Cities-Teil arbeiten. Sprich, Cities Skyline 2. Würde auch irgendwo Sinn machen, das irgendwann mal in den zweiten Teil zu heben. Aber da gibt es relativ wenig. Ich kann ja mal zusammentragen, was es davon gibt. Schreibt auch ganz gerne mal, wenn ihr Artikel zu Cities 2 habt, in die Kommentare rein. Dann ziehe ich mir die mal rein und bereite die vielleicht für ein wunderschönes Video auf. Und werde dazu auch meinen Senf abgeben. Das wäre auf jeden Fall sehr cool, muss ich sagen. Also ich würde mich freuen. Klar fängt man dann wieder irgendwo von vorne an. Aber es kann ja nur besser werden. Theoretisch. Wahrscheinlich nicht. Aber theoretisch schon. Warte, wo waren denn jetzt die Mauern? Manchmal bin ich so ein bisschen Brain-Afghan, ne? Na, eigentlich sind die hier. Da sind sie doch. Ah, ne, warte mal. Die sind bei den Mannequins. Oh! Megalopolis! Da ist es. Geil. Okay, warte. Machen wir mal den hier. Nein. Machen wir den hier. Und wir machen den. Oh, Foto gemacht. Wir nehmen nicht noch das Quadrat. Jetzt haben wir ein 3x3. Ich weiß, es gibt Modifikationen. Damit kann man alle 81 Teils freischalten. Will ich aber gar nicht haben. So. Wo waren wir? Da waren wir. Genau, wir waren bei der Kaimauer. Richtig? Richtig. Und da wollte ich mal eine andere ausprobieren. Denn es gibt ja super viele gerade. Das ist ja eine normale hier mit zwei Etagen. Oben in die eine Richtung, unten in die andere Richtung. Mit Treppe. Krass. Aber dann machen wir erstmal so. Pass auf. So. Und Ich weiß gar nicht, ob man das... Ach so, hier ist jetzt die... Ah, die Brücke ist hier. Okay. Aha, eine Brücke. Ja, kann man so lassen. Sieht eigentlich ganz okay aus. Und da nochmal. Jetzt müssen wir hier allerdings ein bisschen rein bügeln, damit das passt. Die Kanten, die da sind, sehen zwar sehr hart aus, aber finde ich okay. Okay. Und jetzt müssen wir erstmal die Sachen hier weg bügeln, ne? Also heute ist Bügel-Folge. Der Wahnsinn einfach. Der Wahnsinn. Rechte Maustaste. Damit bestimmt ihr, wo gebügelt wird und dann könnt ihr rein bügeln. Gut aus. Bügeln wir hier einfach mal so ein bisschen rein, damit wir hier eine wunderschöne Wand haben. Und da auch kein Schiff hängen bleibt. Gar keine Ahnung von Schiffen, ob die hängen bleiben können. Ich glaube aber mal nicht. Aber ich wollte es einfach mal sagen. Wo wir gerade bei Schiffen sind. Gerade durch meinen Kopf sind jetzt gerade so Sachen gegangen wie, da gibt es bestimmt Leute, die sich voll auskennen mit Schiffen. Und dann fiel mir wieder ein, da gibt es bestimmt auch Leute, die da wohnen, wo es Schiffe gibt. Okay, hört sich doof an. Also am Wasser. So, und da ist dann halt die Frage, wenn man am Wasser wohnt, freut man sich dann, wenn man mal ins Landinnere fährt? Oder ist das nur so on top? So, geil, ich wohne am Wasser. Landinnere ist okay, aber interessiert mich so eigentlich nicht. Habe ich ja auch so. Weil wenn wir zum Beispiel ans Meer fahren als Beispiel, also ans Wasser, ist das ja irgendwo was Besonderes für so ein Stadttünnis wie mich. Warte, Großstadttünnis, muss ich sagen. Nicht nur Stadttünnis, Großstadttünnis. Das ist ein ganz krasser Unterschied. Alter, das ist ja richtig kacke hier. Ah, da wird es schwierig, da wird es schwierig, muss man sagen. Da habe ich eine richtig geile Welle provoziert, cool. Geht es denn da runter? Ne, es ist eine Höhe, ne? Okay, lassen wir so, gut. Dann ist er halt so ein Stein. Kann ja mal sein. Ist doch kein Problem. Das sieht man ja eh nicht so gut. Oder wir machen nochmal den hier. Aber klein, ne? Klein, genau, Peter. Ne, ist nicht so gut. Ah, Mist, Steuerung, Z geht gar nicht. Also rückgängig. Das ist aber blöd jetzt. Oder wir machen den hier. Nochmal angleichen. Das ist ja größer als vorher. Und ich mache nochmal so. Das ist halt schwierig, schwierig. Schwierige Ecke. Lassen wir jetzt, bevor wir jetzt hier wieder 8 Millionen Stunden das machen und gleich bankrott sind. Kehr mein Glück. Lassen wir die Welle einfach kommen und ein bisschen Wasser noch rein. Alles ist gut. Und jetzt wollen wir noch machen, dass die den Weg ja auch benutzen können, ne? So, gerade haben wir ja gemacht, dass die oben nur in die Richtung laufen können. Und ich würde empfehlen, dass man dann runterlaufen kann. Ich weiß noch nicht, ob man das jetzt hier einfach austauschen kann. Ungültige Form, ungültige Form. Das ist ja cool. Warum ist das denn eine ungültige Form? Ja, das ist geil. Man hat plötzlich ganz andere Probleme durch solche Mauern. Dabei wollte ich doch nur das so ein bisschen verbinden. Ja, genau so. Also wisst ihr bescheid, ne? Erste Keimauer bauen, dann wieder weg machen und dann wieder hin machen. Jetzt haben wir halt zwei Treppen an manchen Stellen. Das ist auch doof. Dann machen wir so und machen dann den hier dran. Das eine, da ist eine, da ist eine. Gut. Okay, ich bin sehr gespannt, ob das überhaupt benutzt wird. Weiß es halt nicht. Damit es halt wahrscheinlich benutzt wird oder eher benutzt wird als nicht, müssen wir hier oben wahrscheinlich genau passend dazu. Hier, hier sowas hinbauen. Wie nennt man das? Eine Straße, ne? Genau. Ist ja genau bis zur Kante. Ah, ich glaube, das gibt da auch wieder eine Steigung, ne? Das wird so kacke wieder aussehen. Oh, bitte, City Skyline-Macher. Hört mich an. Geileren Underground-Modus. Und Bügelautomatik. Gehört sich komisch an, oder? Dabei, ich weiß ja nicht, wer es macht, aber bügeln, finde ich, ist die absoluteste. Die absoluteste? Boah, hört sich ja, was ist denn heute los, Alter? Absolute Zeitverschwendung, finde ich sowas. Also wir haben Bügeleisen, das habe ich jetzt vor zwei, also als wir den Keller aufgeräumt haben, habe ich da direkt im Keller geparkt, weil ich dachte so, haben wir jetzt nicht benutzt. Zwei Jahre, kann jetzt erstmal hoch. Ist ja voll gut. Aber ist wirklich nicht so, ne? Verstehe es auch nicht, wer gerne bügelt. Absolute Zeitverschwendung, da kann man was Geiles machen. Oh nein, ist es jetzt nicht mehr verbunden. Was sollen wir nur tun? Das ist verbunden, das ist ja mal easy going. Einfach verschoben. Zable Lane, läuft. Okay, sieht gut aus. Das muss aber ein länger, glaube ich. Warte. Da muss ich ein bisschen runter, dann. Hier drauf. Gerade hatten wir, glaube ich, ich muss gucken, wie weit das ist. Zehn. Okay, gerade hatten wir, glaube ich, acht, ne? Das passt. Die acht, die lacht. Ja, klasse. Peter, klasse gemacht. Hallo. Alter. Okay, äh, jetzt gehen wir nochmal bis hier und gehen dann da, aber vielspurig weiter. Sonst macht das gar keinen Sinn. Und da eine Ecke müsste einen in den Kreis vergehen. Ich spüre es. Aber wir lassen uns überraschen. Notfalls machen wir hier eine Eimatsstraße hin. Dann sagen alle, was? Und das war's. So wie eigentlich bei allen Sachen. Kennen ja auch so Leute, ne? Die nur am Meckern sind, aber nichts ändern. Die sagen dann nur, was? Und dann läuft's bei denen. So, warte. Da könnten wir theoretisch einen Kreisverkehr reinmachen. Wenn der denn passt. Müssen wir aber ein bisschen kleiner machen. Vielleicht ein bisschen größer. Vielleicht machen wir da auch erstmal die Straße hin, damit das passt. Das war die mit den Bäumen, hatten wir da. Oh, da kommt ein Auto. Vollidiot, da ist gar nichts. Ja, wie denn? So? Gut aus. Und jetzt machen wir hier Steuerung O nochmal. Oh, nice. Und gehen jetzt nochmal auf die geile Autobahn. Hier die Straße. Sorry dafür. Booyah. Aber war nix. da kann man, da kann man in die Map gucken, dass der bodenlose Abgrund der Frechheit hatte. Hier nochmal ein bisschen runter. Und wenn man jetzt halt noch mit Bäumen und so arbeitet, dann kann man das halt immer gut retuschieren, ne? Retuschini. Gibt's auch eine Nudelsorte? Ne, ne? Äh, close. Und? Activated. Ach krass, da fangen ihr zurück, oder was? Das ist kürzer für euch. Wollt ihr mich verarschen? Und andere fahren einmal im Kreis. Warum? Hä? Achso, er wollte einfach nur drehen. Okay, das macht Sinn. Drehen finde ich okay. Alles andere war komisch. Gut. Wir wohnen hier direkt am Wasser, ne? Das ist ja schön. Da werden wir Wohngebiete hinmachen. Jetzt holen wir erstmal nochmal die Rohre raus. Sollen wir Rohre rausholen? Wir holen Rohre raus. Rohre haben wir auch noch ein paar. Das ist alles top. Und machen Rohr in die Richtung. So ein bisschen Verschwendung, weil wir viel halt über dem Wasser jetzt haben, aber ist egal. Ist ja so weit von egal, aber wir können jetzt hier einmal durchziehen. Wenn das hier ausgebaut wird, also wenn das hier wirklich alles ausgebaut wird, die ganze Fläche, die ich hier gerade beheize, fußbodenheizung, einfach voll gut. Dann reichen unsere Heizkraftwerke auf keinen Fall, die wir da haben. Ich meine jetzt gerade minus 10 Grad ist noch relativ human. Und Energie. Zack. Alles verbunden. Eine Energie kommt ja hier. Das heißt, wir fahren hier einmal über die Autobahn. Warte. So. Top. Okay, klasse. Das haben wir fertig. Fällt gerade ein Monumente. Bauen Sie Expo Center. Nein. Muss man hier noch alle freischalten? Was ist das denn für eine Scheiße? Also da muss man erstmal hier die ganzen Sachen bauen. Damit man dann letztendlich die anderen Sachen bauen kann. Okay. Mit Tourismus Spezialisierung. Ich gucke gerade mal, was man noch freischalten kann. Bauen Sie fünf Instanzen von Kessel Stationen. Ein Eishockey Stadion. Und dann haben wir noch das Skigebiet. Füllen Sie eine Schneedeponie. 200.000 Einheiten mit bedenkten Straßen. Schnee, Burger, Restaurant. Okay, warte mal. Werden wir folgendes machen. Wir werden jetzt... wieder Schnee aktivieren. Also ich habe es hier ausgemacht, weil es einfach zu viel war gefühlt. Also es hat echt nur noch geschneit. Dann gehen wir auf die Schneedeponien. Beziehungsweise wir gehen hier oben einfach drauf und gehen auf Straßen. Nein. Gibt es hier einen extra Schneereiter. Cool. Aus. Aus. Eine lassen wir an. Aus. Aus. Und aus. Eine lassen wir an, damit die voll wird. Aber dann lassen wir nicht die an, sondern die. Oder die. Muss ja irgendwo da sein, wo relativ viele Straßen sind. Hier ist die Auffahrt. Und dann... Ja, okay, das ist cool. So, jetzt muss das wirklich nur noch einmal schneiden. Aber normalerweise geht er immer ruckzuck so. Du machst an, alles schneit, alles ist gut. 2.200 Leute. Läuft bei denen. Also im wahrsten Sinne des Wortes läuft das bei denen. Und wo wir gerade bei Laufen sind. Gerade so ein geiler Knotenpunkt braucht nämlich noch eins. Und zwar einen wunderschönen Weg. Das letzte, was wir heute bauen, ist ein Weg darüber. Und drüben werden wir uns dann später mal drum kümmern. Warte mal, war das gerade? Ja doch. Nein, nein, nicht. Nicht gerade. Das war ein paar schneerelevante Sachen noch bauen. Also die Sachen, die man noch freischalten kann. Die zwei, drei Sachen, die da noch sind. Alle wird wahrscheinlich schwierig. Warte, jetzt können wir aber das anmachen, oder? 180 Grad, was? Straße. Und hier geht es dann nach unten. So, und jetzt? Da dran. Da verbunden. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Leute jetzt angestürmt kommen von der einen Seite. Müsste eigentlich super viel sein. Aber selbst jetzt schon müssten da Leute drüber laufen. Naja, komm auch schon. Krass. Los, alle zum Bahnhof. Das doof ist nur, die müssen zum Eingangsbereich laufen. Der ist hier unten, oder? Ah ne, der ist noch irgendwie tiefer. Und da kommen die drauf. Ja, toll. Super geil. Okay, gut. Ich sag mal, danke schön fürs Zugucken. Wir sehen uns wieder im nächsten Part, wenn wir ein bisschen... Ich hoffe, wir haben dann Schnee. Und ansonsten, hau da rein. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss. Tschüss.